Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Person Architect in der Alpha 35. Ja Freunde, endlich geht's weiter. Es gab ein paar Tage Pause, sorry dafür, ich hatte, ja, ich habe momentan ein bisschen viel Stress. Ich versuche trotzdem immer täglich Videos rauszubringen, aber wie jetzt klappt es leider nicht immer. So, ich hoffe ihr habt dafür ein wenig Verständnis. Im Normalfall kommt ja immer was. Und wenn es nur ein Video am Tag ist, aber normal kommt ja immer was. Warum habe ich jetzt so ein blöder Ladebalg? Irgendwas lädt im Hintergrund wieder, okay. So, jetzt wo waren wir? Hier, unser Zellenblock hier wollten wir ausbauen, ne? Da waren wir gerade dran und da würde ich auch weitermachen, denke ich, oder? Brauchen wir es überhaupt? Ne, wir brauchen es noch gar nicht. Aber dann machen wir wenigstens die Dusche hier. Ähm, dass die, wo hier drin sind, schon mal duschen können, ne? Weil das dauert ja auch immer, bis die Dusche fertig ist. So, ähm. Moment, Toiletten, machen wir wieder hier hin. Das dauert ja immer, bis die fertig sind, wegen den ganzen einzelnen Duschköpfen und so. Wir kennen das Spielchen, ja. So, oh. Ja, nach meinem Rechner habe ich auch noch nicht geguckt, natürlich. Alles gerade... Bisschen kack jetzt, sagen wir es so. Okay, ähm. So, hier hin auch noch. Nein, hier oben nicht. Was habe ich denn? Ja, so müsste es passen. Dann brauchen wir jetzt natürlich noch Strom und Wasser hier runter. Müssen wir also so ziehen. Ähm, Strom ziehen wir auch gleich mal hier runter. Dass hier nämlich so klingt. Das nervt mich nämlich sowieso. Und dann brauchen wir hier Wasser. Und dann ab hier, glaube ich, was, gell? So, hier, genau. So, hier, glaube ich, nur so. Wegen den Abflüssen. Und dann hier. So, jetzt müsste es eigentlich passen. Hoffe ich zumindest. Und dann können wir sagen, hier, Dusche wird hier sein. Ich höre schon wieder den Hund bellen. Das ist meistens ein Zeichen, dass irgendwo Stress ist. Oder gerade Stress anfängt. Aber... Es scheint es im Griff zu haben. Oh, da hat es gepiepst. Unser Metalldetektor. Naja. Ich sehe alles, Freunde. Ich sehe alles. So, dann lassen wir das unsere Bauarbeiter mal machen. Weil, wie wir sehen, alles voll mit diesen verkackten Duschköpfen. Und Rohren und so. Und hier steht auch noch Essen. Das ist natürlich immer ein Problem. Wenn Essen nicht angeliefert werden kann. Aber wir haben ja zum Glück noch einiges auf Lager. So. So. 99% sind satt. Das ist... Oh, nee. Sogar alle sind satt geworden. Stellt diesmal keiner in der Isolationszelle. Das wundert mich ja. Ihr werdet ja richtig brav. Was ist denn los mit euch? Bin ich gar nicht gewöhnt von euch. Aber es soll mir recht sein. Bis die Dusche wieder haben, wird die Folge wahrscheinlich vorbei sein. Aber gut. Dann schauen wir uns das Gewusel an. Das mag ich ja sehr. Hier geht in die... Das machst du, ne? Ach, du bist schon wieder... Was hast du denn angestellt? Drogenbesitzer. Ha. Ja, das geht halt bei uns nicht, mein Freund. So nicht, Freundchen. Ach so, wegen Stationierung wollte ich ja nochmal gucken. Ähm. Ach so, die sind ja gar nicht abgeschlossen, die Duschen. Das dumm. Dann geht es ja gar nicht. Werkstatt... Moment, wir machen hier unseren Plan mit auf. Tagesplan. Du... Also Werkstatt ist von 11 bis 5. Von 11 bis um 5. So. Kann man das hier auch verschieben? Ne, das geht ja jetzt gar nicht. Das muss ich nachher machen, wenn die Zeit ist, glaube ich. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Ich hoffe, ich vergesse es nachher nicht. Ich glaube, das muss man machen, wenn die Zeit da ist. Also wenn 11 Uhr ist, dann müssen wir das einstellen. Ich hoffe, es wird uns gelingen. Ähm. Ansonsten hier sind sie noch fleißig dabei. Wollen wir das immer raus tappen? Was soll denn das? So, wieder für 1100 Euro Bäume gekauft. Wunderschön. Und ihr schlaft alle? Ne, du nicht. Du brauchst wieder Drogen. Die haben wir dir wegnommen. Blöd gelaufen, würde ich sagen. Kommen wir durch sie. Du nicht. Habe wieder meinen Sprachfehler. Heute durchsuchen. Hau jetzt mal deine Zelle hier. Vielleicht hast du da ja noch irgendwas versteckt, ne? Okay. Habt ihr Glück gehabt. Und was mit dir hier oben? Ich mag das nicht, wenn die... Und die so wach hier rumrennen nachts. Obwohl die wo... Wo buddeln, die haben ja irgendwie eine Puppe hier drin. Das merkt man ja gar nicht, ne? Hm. Eigentlich besser, wenn sie rumlaufen. Das sieht man schon, dass sie nicht buddeln. Koch. Ja gut, jetzt haben wir wenigstens abgeladen alles. Das ist gut. Und wir verkaufen wieder Rohholz. Weil in unserer Werkstatt... Nix abgeholt wird. Tudum. Ja gut, wir haben genug Geld. Ist also kein Problem. Pustraum. Könnten wir eigentlich auch größer machen, ne? Die sind alle belegt. Aber gut, der hat 23 Tage, 23... Die haben alle... 27 Tage, 29... Ja, die haben alle lange nichts angestellt, wo ich jetzt gesehen hab. Das ist gut. So, wird da auch noch einer das eine Kabel hier verlegen. So, und da noch ein bisschen Kabel. Und die Rohre vielleicht. Oh, es gibt wieder Essen. Lecker Essen. Und es kommen wieder 10 Gefangene, genau. Das vergesse ich immer. Dass wir die ganze Zeit eigentlich den Knast offen haben momentan. Ja genau, jetzt müsst ihr genau da putzen, wenn die essen. Wenn die jetzt durchdrehen, seid ihr die Erste, wo tot sind. Ihr Hausmeister. Naja, gut. Wir schauen mal, wen wir denn heute hier bekommen. Und um 11 schauen wir mal, ob wir das einstellen können, wegen der Stationierung. Was steht das hier? Ach, Bäume. Die werden in... Ah, die werden mittlerweile so gemacht. Oder im Einzelnen. Ah, das ist gut. So, Schmuggelgangs. Keine Gangmitglieder. Okay, auch nichts Schlimmes. Warum bist du wieder... Warum sind manche so grün? Oder anders angezogen einfach beim Anliefern. Wie lange bist du hier halt? 15 Jahre, okay. Okidoki. So, wie sieht es denn aus hier? Rohren, so habt ihr schon fast alle verlegt. Wunderschön. Ja, es wird langsam. Die Dusche kann bald genutzt werden. Und wir finden wieder jede Menge Zeug. Sollten wir mal eine Razzia machen vielleicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Stationierung. Wir müssen gleich um 11 hier mal probieren. Ob das dann funktioniert. Bei den Duschen könnten wir es natürlich auch machen, aber... Da müssten wir dann... So, jetzt müsste es eigentlich gehen, oder? Hoffe ich mal. Hm. Wir werden es sehen. 5 müssten die raus sein dann hier aus der Werkstatt, unsere Wachen. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Duschen könnten wir natürlich auch machen. Müssen wir nur Türen reinsetzen hier. In die Ausgänge, dass es ein abgeschlossener Raum ist. Hm. Mal sehen. Obwohl wir haben da eh Patrouillen laufen. Ja, mal sehen. Ich versuche das jetzt erstmal hier, ob das hier funktioniert. Wäre ja schon ein Fortschritt, ne? Hier ist wieder irgendeine Sitzung. Oder? Ja, doch psychologisch da. Was gibt es denn? Alkohol oder was ist gerade für eine Sitzung? Alkohol, Drogen. Programme aktiv ist Verhaltensterminärformer. Hat gar nichts aktiv. Ah, das ist jetzt fertig. Okay, schade. Egal. Dann können wir hier eigentlich weiterbauen, aber... Wir machen jetzt erstmal eine Razzia. Und ich möchte dann schauen, ob das hier jetzt klappt. Fünf. Und die müssen genau... Unsere Bauarbeiter müssen hier auch erstmal Sachen raustragen jetzt. Um es zu verkaufen. Dass wir hier auch wieder Platz haben. Wo ist da ein... Alte Achtung. Okay. Da hat einer aber fleißig gegraben, Freunde. Finde ich nicht nett. Das war nicht nett, mein Freund. Wie auch immer das war. Warten wir mal bis 17 Uhr. Mal sehen, was passiert. Noch ein Tunnel. Was ist denn los hier? Und der war auch schon bei. So geht das immer. Gut, dass wir jetzt die Razzia gemacht haben, Freunde. Und sogar von hier. Dass ich das von hier schon versuche. Das ist ja... Okay. Das ist... Ja. Ich würde es mal schwierig bezeichnen, ne? Und deshalb... Werden wir hier... Moment mal. Wir schauen nochmal Versorgung. Ja, geht alles darum. Ähm, wie sieht es denn aus? Ähm. Bis 17 Uhr arbeiten wir doch, oder? Und das sind immer noch drin. Eigentlich müssten die jetzt rausgehen, oder nicht? Hm. Keine Ahnung. Wir werden hier jetzt auf... Oh. Okay, das hat sich gleich erledigt. Wir werden hier jetzt auf jeden Fall auch noch einen... So, warum geht das nicht? Müssen wir das jetzt so machen hier. Okay. Okay, das ist jetzt so. So, hier und... Dann haben wir hier ein Problem. Das ist unschön. Dann haben wir wenigstens hier. Wenigstens hier noch. Also hat das mit der Stationierung wieder nicht... Doch, ist keiner mehr drin, oder? Doch, ein... Ne, der holt nur ab. Anscheinend hat es geklappt. Können wir ja in die Kommentare schreiben, ob das jetzt richtig war. Ob ich das hinbekommen habe, wäre schön. Dann könnte ich das auch für die Kantine machen, zum Beispiel. Hm. Na, die untersuchen jetzt halt noch und so, klar, aber... Das hat ja jetzt nichts mit stationieren zu tun. Ja, können wir das hier so wieder machen. Da hin zu funktionieren. Ja, richtig stolz. Und wir haben... ...die Tunnel gefunden und alles. Wunderschön. Dann können wir den nächsten Tag hier wieder weiter Zellen bauen. Denn so langsam sollten wir auch wieder heranglotzen. Hier gab es Ärger. Zerstörung, Personal angegriffen, ernsthafte Verletzung und Fluchtversuch. Ei, 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 Freundchen, Freundchen, Freundchen. So nicht. Wie lange bist du noch bei uns? Noch eine Weile. Ich glaube, mit dir werden wir noch ein bisschen Spaß haben, ne? Naja. Und hier kommen neue Sachen. Das heißt, auch wieder neue Schmuckelware und so weiter und so fort. Was sieht denn eigentlich aus mit Schmuckel hier? Äh. Nichts doch da. Alkohol und Zigaretten und Alkohol und Zigaretten. Sind arschteuer. Ja, so ist es eben, ne? Ich werde an dieser Stelle die Folge beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir es rein, ob das richtig war hier. Ich bin mir nicht sicher, weil da schon wieder einer rumrennt. Ich glaube es eher nicht. Aber wir werden es sehen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.